hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folgen hier auf unserem kanal sofort gleich youtube ja heute es ist soweit es ist soweit endlich es ist es passiert ich freue mich riesig also jetzt nicht unbedingt für mich aber es gibt mit sicherheit andere die ja die den da gerne hätten den mythic bob viele von uns oder einige von uns die haben den mythic bob in den scroll clubs so kurz bis vor die 250 geschafft um den fehlen noch ein paar fragments und jetzt könnt ihr könnt ihr euch das ding hier holen wenn ihr genügend gems zusammen habt ihr dann holt euch das teil also mega geil auf jeden fall bringt ja gut so eine box hier bringt zwischen 10 und 15 fragments das bedeutet also wenn ihr wenn ihr 25 wenn euch 25 fehlen schafft es vielleicht wenn ihr die 22 boxen kauft also es wäre auf jeden fall mega nice dann haben wir hier heute die karate story box eigentlich ganz interessant horken housewife box die hatte ich mir ja geholt beim letzten mal wegen testament einer hausfrau ja schauen wir einfach mal hier ins mastery rein der lag man sie am stadt hat mit dem roger wird aber keine 500 jams rausgeben ihr frank seudberg ebenfalls keine 500 jams wert da die tennis franzine lächerlich also wer so was spielt und auch die linda mermaid ist eine der schwächsten kombos die es für linda überhaupt gibt also wenn die jemand weiß ich hat die linda diese combo auch deutlich zu holen ja das war es auch schon wenn es euch fordert lasst mir ein like da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt animations roller mit mir wenn gleich bei uns kommt bis dann und tschüss